Du willst deinen eigenen Wein selber herstellen? Dann bist du hier genau richtig. In diesem Video werde ich dir erklären, wie du Wein zu Hause selber machen kannst. Und das ist dabei gar nicht so schwierig. Alles was du dazu brauchst, findest du in der Videobeschreibung. Zu Beginn werden die Trauben von den Reben entfernt. Danach werden diese gepresst. Es bleiben aber die Schale und die Kerne noch im Saft. Diese Masse, die dann entsteht, wird Maische genannt. Nach einigen Stunden, in denen die Maische ihr Aroma entfalten konnte, wird die Maische dann ausgepresst und grob gefiltert. Der trübe Saft, welcher übrig bleibt, nennt man Most. Während der Gärung wird der Zucker im Most zu Alkohol umgewandelt. Dazu wird aber eine spezielle Hefe benötigt, die sogenannte Reinzuchthefe. Diese wird verwendet, da man die Gärung mit natürlichen Hefen nicht so gut kontrollieren kann, wie mit Reinzuchthefe. Zur Gärung benötigt man einen speziellen Gärballon, welcher das entstehende CO2 entweichen lässt. Gleichzeitig aber die Zufuhr frischer Luft unterbindet. Nach ca. 6 bis 8 Tagen ist die Hauptgärung abgeschlossen. Der Wein kann jetzt gefiltert und abgefüllt werden. Wenn man möchte, kann man den Wein jetzt noch einige Monate bis Jahre reifen lassen. Fertig ist euer Wein. Da es aber bei der Herstellung von Wein noch das ein oder andere zu beachten gibt, kann ich nur den Videokurs von Sergio empfehlen. Er ist Weinbauer, Winzer und Önologe. Dieser bringt dir im richtigen Tempo Schritt für Schritt alles bei, was du zum Winzern wissen musst. Er behandelt alle verschiedenen Weinarten, ob Weißwein, Rotwein, Meth oder gar Sarke. Viele Materialien und Checklisten machen den Einstieg wirklich einfach. Dazu einfach hier oder in der Videobeschreibung auf den Link klicken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017